Na sowas, was haben wir denn hier? Ich saß da drüben und hab mich gefragt, warum sitzt denn so ein hübsches Kind alleine der Tick? Wartet sie auf jemand? Ist sie verabredet? Ja und wenn schon, sei nicht blöd, sag ich zu mir, sprich sie an. Mehr als nein sagen kann sie ja schließlich nicht. Ich nehme also meinen ganzen... Nein! Mut zusammen, komm mir hierher an die... Nein! Nein? Also was willst du, zu mir oder zu dir? Entschuldigung, das ist diese Verwechslung. Das will ich auch schwer hoffen. Dass man immer erst laut werden muss. Ein Tequila noch. Das ist mir, die Jehofer, wenn ich die Begröchslung душ will, auch immer wieder zu erleben.